setzten sich an den Tisch, der schon gedeckt war, und forderten mit Ungestüm das Essen. Die Alte trug einen großen Braten herein, und die Räuber ließen sich's wohlschmecken. Als der Geruch von der Speise dem Soldaten in die Nase stieg, sagte er zum Jäger, ich halt's nicht länger aus, ich setz mich an den Tisch und esse mit. Du bringst uns ums Leben, sprach der Jäger und hielt ihn am Arm. Aber der Soldat fing an laut zu husten. Als die Räuber das hörten, warfen sie Messer und Gabel hin, sprangen auf und entdeckten die beiden hinter dem Ofen. »Aha, ihr Herren«, riefen sie, »sitzt ihr in der Ecke? Was wollt ihr hier? Seid ihr als Kundschafter ausgeschickt? Wartet, ihr sollt an einem dürren Ast das Fliegen lernen.« »Nur manierlich«, sprach der Soldat, »mich hungert. Gebt mir zu essen. Hernach könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt.« Die Räuber stutzten, und der Anführer sprach, »ich sehe, du fürchtest dich nicht. Gut, Essen sollst du haben, aber hernach musst du sterben.« »Das wird sich finden«, sagte der Soldat, setzte sich an den Tisch und fing an, tapfer in den Braten einzuhauen. »Oder Wichsstiefel, komm und iss«, rief er dem Jäger zu. »Du wirst hungrig sein, so gut als ich, und einen besseren Braten kannst du zu Hause auch nicht haben.« Aber der Jäger wollte nicht essen. Die Räuber sahen dem Soldaten mit Erstaunen zu und sagten, »Der Kerl macht keine Umstände.« Danach sprach er, »das Essen wäre schon gut, nun schafft er auch einen guten Trunker bei.« Der Anführer war in der Laune, sich das auch noch gefallen zu lassen, und rief der Alten zu, »hol eine Flasche aus dem Keller, und zwar von dem Besten.« Der Soldat zog den Pfropfen heraus, dass es knallte, ging mit der Flasche zu dem Jäger und sprach, »Geb acht, Bruder, du sollst dein blaues Wunder sehen. Jetzt will ich eine Gesundheit auf die ganze Sippschaft ausbringen.« Dann schwenkte er die Flasche über den Köpfen der Räuber, rief, »Ihr sollt alle leben, aber das Maul auf und die rechte Hand in der Höhe«, und tat einen herzhaften Zug. Kaum waren die Worte heraus, so saßen sie alle bewegungslos da, als wären sie von Stein, hatten das Maul offen und streckten den rechten Arm in die Höhe. Der Jäger sprach zu dem Soldaten, »Ich sehe, du kannst noch andere Kunststücke, aber nun komm und lass uns heimgehen.« »Oh, Bruderherz, das wäre zu früh abmarschiert. Wir haben den Feind geschlagen und wollen erst Beute machen.« »Die sitzen da fest und sperren das Maul vor Verwunderung auf. Sie dürfen sich aber nicht rühren, bis ich es erlaube. Komm, iss und trink.« »Of course! » » Strategy«